Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der Ostsee im Hofbauprojekt. Ja, 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 es geht fleißig weiter. Na, los, weiter. Wir müssen ja heute fertig werden. So, ich hab mir überlegt, ich baue hier den Schausstall hin. Und der hat mir hier ein bisschen angerufen. Aber da kann ich mitlegen. Das ist nicht das Schlimmste. Da können wir ein bisschen drüber glattulieren. Hier so. Hier passt. Komm, dann nehmen wir eben mal das Bügeleisen. Ein Schiff drüber, ne? Gehen wir näher dran. Süßer, ne? Ich wollte jetzt nicht so glatt sein, dann müssen wir nochmal. Ich fand, der passt hier am besten nochmal hin. Weißt du, dann kann es von der Straße aus. Siehst du den dann nicht so krass? Oder siehst du die Tiere, wenn die hier lang fehl ist? Ich hab den erst versucht auf der anderen Seite. Aber, ne, da passt das nicht so hin, ne? Deswegen lieber hier hin. Hier, weil du biebend bist. Dann können die nämlich denen beibringen. Und wenn knickeknacket seid ist, weißt du? Echt, das nervt. Das ist ja wohl die Gäste. Macht das doch nicht so klein. So klein. Oh lala. So. Wenn ich lala höre. Ich kann hier nicht zugucken. Ich bin gespannt, ob der schärfste Kritiker mir zuguckt. Der liebe Mr. O. Was der dann sagt. Da, auf das Urteil bin ich gespannt. Der Olli. Ist aber ganz lieber. Den lade ich dann ein. Hier auf dem Hof mitzuspielen. Und wenn der Uwe will. Lade ich ihn auch mit hier ein. Auf den Hof zu spielen. Das kann man doch, glaube ich, hosten. Oder wie geht das? Sagt mal. Aber die beiden lade ich dann ein. Hier mit zu spielen. Rüße gehen raus. Ich weiß auch noch nicht. Mit was für einem Dreschkasten Package wir hier spielen. Also. Wir müssen bald anfangen zu dreschen. Damit mir die Zeit nicht pflücken geht. Da müssen wir uns. Jetzt auch mal. Die nächste Zeit. Irgendwas überlegen. So. Das machen wir jetzt mal. Eben ein bisschen breiter. Das heute mit meinem Tatamann. Das ist gar nicht cool. Ich hab's doch gesagt. Das soll schon Leben am Hof sein. Deswegen machen wir das. Und da müssen wir gleich nochmal ein Glätteisen drüber. Dann hat mir das nichts. Und da müssen wir vergessen. Das ist nicht schön. Mornen. Ja. Und hier mornen wir. So. Weiter, nein. Also. Machen wir M. Okay, warte jetzt so. Okay. Okay. Dann können wir die Schafeln so machen. Ja. So geht's dann. Wollen wir es mit ihm pflanzen? Sehr gut, ne? So geht's dann. Nehmen wir den Braselwein mal. Können wir aber zu beißen machen, ne? Ja, dann können wir einfach keine. Nicht schön. Dann haben wir aber einen Schafstall-Check, ne? Wir werden die Kühe und Schafe machen. Und wir könnten ein Mast drin da machen, ne? Ich habe hier noch den Stall von Momo. Den benutzen wir im Moment in gar keinem Projekt. Könnten wir hier mit hinsetzen, ne? Aber jetzt müssen wir gleich mal sehen, ob wir irgendwie ein Farmhaus plötzlich kriegen und hallen. Und dann müssen wir erstmal anfangen, Maschinen einzukaufen. Und dass wir hier auch wissen, was wir an der Halle brauchen, ne? Das wäre mir schon wichtig. Wir haben uns auch irgendwie eine Stunde Trecker. Ich habe wohl noch nicht so viel getrackert. So als Ausgleich, ne? So, das ist der Braselwein, ne? So, das ist der Braselwein, ne? Aber was ist der Braselwein? So, das ist der Braselwein. Und wer ist denn der Braselwein? Wo ist der Braselwein? Das funktioniert. Okay, das ist der Bratelwein. Nein, wir sind sehr gut. Das sind die Braselweins. Das könnte man hier schon gegensetzen, kommst du auf den Hof, also setzt du dich da hin? Das finde ich doch gar nicht, man macht doch nur jemand das was ich gar nicht will, guck mal das gefällt mir. Weißt du, du kommst hier auf den Hof, hier können wir noch ein bisschen Rasen hinmalen, können wir hier so anbinden, wir haben noch so eine viel Fläche hier, wie gesagt, wir brauchen nur Hallen und wahrscheinlich Silos, ich möchte schon so ein bisschen Gebäude-Package schauen, doch so gefällt mir das, wir haben hier einen Schausstall, Lasst uns das mal eben ein bisschen verfeunern. Ist mal groß hinmal, ne? Das gefällt mir eigentlich, hier ganz ehrlich, sieht besser aus wie die ganzen anderen, die wir da sehen haben. Kannst du aber nicht benutzen. Was für Munito bin ich denn jetzt schon wieder gewesen? Mann! So, ähm, decoration. Sch- Ne, 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 ne. Oder? Sonst was. Hier war doch mal eine Wofu-Oasie. Wo ist sie? Die baue ich immer für Kalle, weißt du? Da, die bauen wir. Das geht? Das muss er auf jeden Fall hier anstösen, ne? Ohne den geht's ja. Ohne den geht's ja. Ohne den hat viele Vorhersachen, ne? Ähm. So, wie ist sie. Ohne den geht's ja. Wie geht's jetzt hier? Wie ist sie 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 jetzt hier? So, ja? Spinnis müssen ja auch an Bord sein. Das ist nicht wirklich glücklich. So, das passt. Nee, nee. Wieso? Nee, sieht auch nicht aus. Nein, nein. Äh... So. 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 So passt das an. Äh... Pflanzen. Wir müssen jetzt hier so ein bisschen eben drum zu machen, aber ich weiß nicht was. Warte. Sieht ein bisschen abgehakt aus, ne? So. So gehen. Ja. Ja. Dann können wir jetzt anfangen. Noch nicht anfangen, ne? Nee, wir können noch nicht ganz anfangen. Der muss schon noch ein bisschen größer sein, der Weg. Hier können wir dann so verbinden. Oh, boah. Ist mal ein Bild, ne? Ohne Bild... Ohne Bild läuft geworden jetzt, ne? Druck! So, das haben wir, das haben wir. So, ähm... Sag mal, die haben eine Schafweide. Die sind da. Das haben wir da. Ohne Bild. Ohne Bild. Ohne Bild. Das ist viel zu groß. Ah, volle Klappe. So ein Schweine weiß ich nicht mehr. Ne, ne? So. Jetzt geht's nämlich los. Eigentlich brauchen wir eine Werkstatt, ne? Wie gefällt mir das Gebäude? Wie fühlt ihr... Persönlich... Wollt's noch mal halten, ne? Was fühlt ihr hier? Ja, leider nein. Wieso? 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 Was ist denn ungefähr? Was ist denn eigentlich weiter? Weil wir haben ja auch noch gar keinen Hofsiebe, ne? Das kommt ja noch dazu. Die sind scheiße aus. Ne, müssen wir uns nichts vornen, ne? Wir haben keinen Bock dran. Ähm... Das passt hier nicht hier. Das sind 200.000 Liter, ne? Das ist nicht die Welt. Gibt's da nur Silo-Erweiterungen zu? Na toll. Gut zu wissen, ne? Gibt's wahrscheinlich nicht, ne? Das ist das Einzige, was mir jetzt hier so gefallen würde. Ich sag, wie's ist. Wir müssen da halt zwei von denen setzen, ne? Jetzt ist aber guter Rad teuer. Ich hab' so gut wie keine Schweinestelle dran, ne? Ich hab' so gut wie keine Schweinestelle dran, ne? Aber fählen ist auch ein tut ist bisschen so. Was ist das so gut, ist das für eine Rotten? Ne, 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 ne. Ne, ne, ne. Wir müssen mal anders planen. So, warte mal. Ich bin schon dran vorbei, ne? Die Jahn wollte ich aber mal, hab ich gesagt. Die Stimmen, aber nicht. Auf jeden Fall. Erstmal hier. Was ist denn? Weißt du? Ja, dann muss ich bestimmt wieder alles dahinter wegkommen, ne? Das kann ich aber jetzt irgendwie nicht ausbügeln. So, das sieht schon bei den anderen aus. So, dann können wir nämlich hier das Pflaster weiterführen. Das hier können wir hier so weiterführen. Und bis hier erstmal. Das kann man nicht weiterführen. Das kann man nämlich hier malen. So, dann meinst du doch gar nicht, du donnerst schlafen, du weißt. Das läuft hier wieder gut. Hier kann gerade sein. Entschuldigung. So, der ist aber da. Ja, weiß ich nicht mehr. Das kann man jetzt nur... Warte mal. Also, wir kommen hier auf den Hof, ne? Oh, die Folge ist aber auch schon wieder viel zu lang, liebe Leute. Ich sage erstmal, danke für das Zugucken bis hierher, ne? Also, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen. Bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich ja echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.